Woow! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah Hoi, Freunde Labioktiri, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Minecraft Wands zusammen mit Stachel und Dommel Hallo, guten Tag So, wir sind noch ein bisschen, wollen wir noch äh Letzte Episode erklären Ja, wir wollen jetzt noch ein paar Rods sammeln Für Enderaugen, dass wir ins End kommen können Oh Gott Ja, du brandst This girl is on fire Mit Spaß Kann man da runterfallen? Ich hab sogar schon 5 Blaze Rods Ich will aber auch noch ein paar haben und dann können wir von mir aus sehr gerne gehen Wir brauchen viel Ja, wir brauchen schon 4, wir brauchen halt 5 mal zu viele Augen Pro Blaze Rod nur 2 Und wir wollen glaube ich sogar noch Stärketränke machen, oder nicht? Ja, würde ich schon sagen Oder ich weiß nicht Wir brauchen auf jeden Fall Bö- Ne, wir brauchen keine Stärketränke Wird nur ja mit dem Bogen auf den Ender Dragon draufhauen Ja, wir brauchen Bögen auf jeden Fall, stimmt Stimmt Bögen auf jeden Fall, stimmt See- und wir brauchen Ne, ich würde sicher gehen Ich hab sogar schon 6 Stück Ich hab sogar schon 6 Stück Wir haben nur eine Wir haben 9 Stück insgesamt Okay Ah scheiße, aber das ist echt nicht nur, dass er jetzt hier ist Ich fühlte jetzt 20 Bogen, das ist eigentlich ungefähr, oder? Oh Gott alter Ohojojojojo Ja, ich glaub der hat Ich glaub der ist gebackt und hat Schaden gekriegt, so wie sie es angehört hat. So hat sich ein Gast an, der stirbt Pass auf, schlag bloß nicht Fick mal Geh mal weg, oh shit ich muss mich wecken Ich hab grad nicht so gut Ich muss mir ne neue Suppe machen Ja, ich mach grad schon ne neue Suppe Da stört sie total Hm, das steht echt Ich hoffe ich treff den nicht unabsichtlich Ja, weiß nicht Leute, okay, da ist noch Oh fuck Alter, ich bin grad von dem Arsch, gell Na dann geh weg, bitte Ich hab vier Stück jetzt Ich hab sechs Stück Ich hab noch fast halbes Leben, ah das ist echt grad behindert Dann bleib bitte weg, bleib weg Ah das ist doof Ich tu mal so lange hier, äh Ich hoffe da freut jetzt kein Wetter Ich will noch bisschen Quartz abbauen Oh hä? Oh lol Voll ich sterb, gell Hast du eins mehr bekommen, Stachel? Ne, ich hab, ah doch ich hab fünf Okay ich hab sechs immer noch Alter sterbender Gast, gell, ohne Witz Jaja Boah ich will den töten, muss der Oh drei Stück Also ich bin jetzt wieder voll gerackt Ich komm aber, bis ich da bin, sind sie tot Ich hab acht Ich hab zwei Stück Acht, sechzehn Boah, Alter Alter, hör doch auf Scheiß Nachbarn Nein Alter, hieß doch mal gut Wollen die Blazefrots essen? Oh Meins Ne, kannst du nicht essen Jetzt soll mich die Dominic alle geben, weil der hat schon so viele Bei mir ist egal Dominic Die liegen vor dir, sammle mal ein Wie viele hast du jetzt insgesamt? 15 15, das wären 30 Könnte vielleicht reichen 16 hab ich 16, das wären 32 Und mindestens, also maximal 12 Brauchen wir für das Portal Und dann müssen wir noch die ganzen Endeaugen einbrechen Die wir eventuell brauchen, um zum Portal zu kommen Ja, sag ich Ja, wir dürfen einfach nicht zu oft werfen Die gehen mit der Zeit kaputt Ja Werfen, ne Zeitlang in die Richtung latschen Und dann, so wie wir es bei Eclipse gemacht haben halt Man muss immer dieselbe benutzen Man darf nicht die gestackt haben Sonst wirft der unterschiedliche Ne, das ist ja egal Ne, der stackt, der nimmt immer die neuesten Äh, wir haben halt keine Flugstäbe, ne So wie in Eclipse Schon Ja, wir sind Wenn du 20 Rods hast, dann gehen wir wieder raus Ich hab 18 Ja, noch zwei Stück, dann passt das Ich hab aber auch noch einer Alter, fehlt noch eine, dann hau mal ab Ich würd' sagen, wir Ja, noch, also Jetzt noch eins spawnen halt dann Ja, okay, das ist aber noch einer Ja, jetzt hab ich Ich hab's 20 Alles klar, dann lass uns abbauen Sollen wir spawnen abbauen? Nee, lass mal Vielleicht brauchen wir doch wieder Ja, okay Ja, das müssen wir aber eh Obwohl, doch, wir finden da eh wieder Haber, wir haben ja Dann, dass das hier aber so Als Warte, ich mach's offensichtlich, dass wir das nicht verpeilen Warte, warte, ich hab Nein, nein, nein Mach's noch auf, Mann Ich wollt' ich Ja, oder so Mach's noch mal Wie kommen wir jetzt wieder nach Hause Und dann hier unten Und dann hier unten Ich weiß den Weg noch ungefähr Okay Das ist doch erstens das was Ich sag ungefähr, ich weiß es genau Okay Aber wir haben eigentlich Oh Gott, Alter Wo ist es nur hier lang Hä? Hä? Was? Weiß es nicht Nee, oder? Vielleicht ein anderer Weg Ah, hier ist Hey, da hinten ist ein Quarzblock Hier sind's Nee, warte mal Wo ist ein Quarzblock? Hier bei mir Ah, okay Achso In die Richtung Weil da zeigt eh Die Quarzblöcke so hin Ah, okay Ja, dann kommen wir grad aus der Feste raus Dann Ah, genau hier nach oben Stimmt Hab ich schon mein Essen verliert? Ja, schon Eigentlich nicht so arg Ja, okay, solange wir Pilze haben Ist okay Warte, warte mal Machen wir kurz langsam Ich will noch ein bisschen Quarz sammeln Wir haben jetzt grad 33 Level Ach shit, ich hab keine roten Pilze mehr Ja Ja, ich hab noch 56 Ich kann dir welche geben Kannst du mir auch ein paar zuschmeißen? Ja, teilt euch die mal auf Ähm Ja Na, gehen wir weiter Dann Geh Geh nach oben Ja, mach, geht die mal nach oben Ich muss mir noch Oh ja, super machen Oh, was war das denn? Das ist ein Pferd Das ist ein Pferd Ähm Da ist ein Zombie-Pick Oh, falls das kommt, das kommt, das kommt Ja, okay, lass einfach weiter Einfach Einfach Tschüss Tschüss Jetzt nehmen wir von Pferd Ja, ja, hier, 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 hier Ah ja, das Sind Quarzblöcke Geil Mhhh Ich nehm nur die Pilze mit Ich nehm nur die Pilze mit Äh, ich nehm auch ein bisschen Quarz mit für Level damit ich besser verzaubern kann Ja, der Vorteil ist bei 1,7,10 dann sind glaube ich die Dings ähm Die Endkristalle sind nicht in Gittern eingebaut glaube ich Da kannst du sie einfach so mit Doch, das war voll Ne, ne, das ist erst bei neueren Versionen glaube ich Wollen wir nicht jetzt lieber erst wahrscheinlich nach Hause? Wir können ja immer auch später Farmen gehen Ja, warte ich nehm auch noch die Pilze hier mit Ach ja Ach ja Ähm Ja da, nach oben, wissen wir Ja Warte ich war ne Tröpfer Ne ich mach schon Hä Ey, da hoch Da lauf ich Ja da hoch Ich lauf da lang, so Tadaa Hä, wo bist du Hä? Ja ich bin hier an der Seite lang Ach so Ach so Weißt du, Steelfie und so Wo müssen wir jetzt hin? Da oben bist Quarz Ach so, da ich siehs Ich hab extra so gemacht, dass man es immer sofort wieder sieht Oh, ich wär fast nicht lava Und lass Magma Cube klatschen gehen Ja gerne Aber wir müssen hier schräg laufen Die Feuer Resistance Tränke, das ist eh gut Ey, worauf sind wir nicht am Netz Ja, brauchen wir eigentlich Da kannst du trotzdem mal mitnehmen Mach halt Oh Gott, der macht der Kannst du den Item Frame reinmachen als Andenken Um die Hölle Das ist so wunderschönes Nein, ich hab den Oh scheiße Ich hab den geschlagen Ernsthaft? Ja, unabsichtlich Shit Hey, hör doch Wir jetzt einfach mal stehen Einfach mal stehen bleiben und warten Nämlich, wenn wir uns jetzt noch Ja, ich hab nur noch Hälfte Leben Ich muss ganz kurz Ich hab diese zum Ende machen mega viel Schaden Ja, natürlich machen die mega viel Schaden Ja, okay, solange wir keine aggressiven hören Müssen wir uns nicht verteidigen Ich würde jetzt kurz warten Hier nämlich die Das ist nur, äh Ein Radius, wo sie aggressiv werden So Feuer Ja Also tief durchatmen Oh, Feuer Anbrennen Feuer Warte, wir müssen schräg da lang Oh, Alter Was? Was macht ihr? Ich hab Feuer gesetzt Nicht gegenseitig töten, mild Nein Ich sonst Guck, die sind nicht mehr aggressiv Das ist nur ein Radius, wo es passiert Okay Gut So, wir müssen ungefähr hier Da vorne ist eine Ratte Ja, die sind eh Ja, da vorne ist sehe ich schon das Quarz War da vorne, ja Oh Leute, es wird spannend Gucken, ob wir das lebend aus der Hülle rausschaffen So Ich fall jetzt irgendwo runter Ja, ich auch Tschüss Oh, guck mal hier ist so Ich pass doch gerade hier Oh Leute, echt So, da lang Das wäre ziemlich bitter, wenn irgendjemand hier runterfallen würde Das wäre mega bitter Ja, wenn nicht irgendjemand wie am Anfang wieder in eine Schlucht rein rennt Ey, so wie wir grad laufen müssen, wir sind glaube ich echt im Kreis gelatscht, ne? Ein bisschen vielleicht, ja Wir müssen kurz Ja, nach unten Ja, nach unten Ich kann mich hier noch erinnern Oh, braune Pilze Geil Oh, ja Ach, da ist die Treppe sogar, lol Oh, da kommen Erinnerungen rauf, du, ja Gib ich dir Wundeschön Wundeschön Richtig scheiß Treppe Ach stimmt, die waren ja die ganzen Die waren ja die Gas, weil wir die ganze Zeit reflektiert haben Ja, und die, die Ne, die Feuer Die Neterooga Oh, lol Der mega gute Dierrüstung Lass den klatschen Naja, die kriegen wir eh nicht gedockt, warum auch immer Na, Moment, ich muss mir kurz nochmal ne Suppe machen Na, stimmt Ich glaube ich mach mehr, ähm, dann mehr Bottles Äh, also Teil Ja gehst du, Suppen sind echt nice eigentlich Das ist mega neu Das ist mega neu So Vorsichtig Da wo jetzt? Ja, da wo wieder Quarz ist. Ja, ich seh kein Quarz. Welches Level? Such auch grad. Weißt du, wir müssen hier irgendwo da. Ach, da unten, da unten, da unten. Ah. Ach, stimmt, hier ist der Urlaub, ja. Am besten noch ins Feuer rein, ja genau. Eiss die Höhle. Ah, ja, ja, kann mich erinnern. Ich erinnere mich an hier lang. Das ist aber trotzdem, glaub ich, noch ziemlich weit. Ja, es geht. Ja, okay, hier noch mal länger gebraucht, weil wir erstens gesucht haben, gekämpft und abgebaut haben. Ja, vielleicht schaffen wir sogar die Folge noch. Ah, hier ist wieder das Lava, also wo wir ganz unten waren. Da ist ein Ghast, oder? Ja, da vorne. Haben wir jetzt das Ding gespawnt, oder was ist los? Oh, lol. Also, auf mich ist er nicht. Ja, auf mich. Wow. Alter, ernsthaft. Weiter. Ich versteck mich erst mal. Kommt, wir müssen jetzt los. Ja, wir müssen weiter. Ja, ja, ja. Ich komm gleich. Hä, du bist doch unten. Nee, wir müssen doch hoch, gell? Ja, ich weiß, ich muss dich nur verstecken. Ich hab den ganz wenig Herzen. Oh, okay. Alter. Alter, ich geb ihn. Okay, er ist auf dich gefixt. Ja, ich weiß, ich muss dich hochkommen. Aua. Mann, du fickt mir, Alter. Geh weg. So, jetzt weiter. Jetzt ist er auf Stachel. Jetzt auf mich. Nee, er hat nicht mal getroffen. Ja, lass ihn da weiter. Warte, ich will nur... Ach, okay, scheiß drauf. Wir müssen... Pass auf, pass auf, pass auf. Oh, doch. Wir müssen hier lang, irgendwie. Da ist ein Troll wieder. Ich glaub, wir müssen da hoch, oder? Ich weiß es nicht. Da hat ein Troll abgeschossen, lol. Da ist wieder eine Ratte. Ich geh mal hoch zum Troll. Bist du, wir gehen jetzt einfach hoch? Ja, ja, beim Troll hoch, ja. Einfach weiter, nicht den Troll. Ah, okay, da ist Quarz. Ach, da. Oink, oink. Okay, wieder schräg, so wie es aussieht. Ah, okay, da ist eh das nächste Quarz. Oh, müsste ich mal so was racen. Ja, ich auch. Sind wir hier grad safe zum Super machen? Ja, ja, sind wir. Ich glaub, wir sind ziemlich nah. Ich glaub, wir sind echt schon ziemlich nah. Ja. Sind wir schon noch eine Weile gerannt. Jetzt müssen wir in die Richtung. Ja, ja, ja. Ey, guck, hier ist dieser schmale Gang, wo wir die Ogre bekämpft haben. Ja, die ersten Ogre, glaub ich. Das wird sehr richtig nostalgisch, ja. Ah, guck, da unten ist der Weg. Ja, da werde ich fast grepiert. Haha, damit du in die Lava reingepackt bist, ey. Michtig geil, juhu. Oh, geil. Aber ich sag ich gut, juhu. Mmh. Komm schon, wir schaffen es, oder? Nicht, ich weiß nicht. In der Zeit wird es mega knapp. Mmh. Hey, wir müssen hier hoch. Wir müssen da hoch, ja. Na, hier ist eine Treppe bei mir. Ach stimmt, da hast du... Treppen sind was für Pussis. Aber das ist von dir sogar Stacheln. Ja, das warst du, du Pussy. Mhm. Okay, wir müssen hier lang. Oh Gott. Oh, oh, die sick... Oh. 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 Oh, meinige Scheiß. Das war echt ein Jump. Ich wäre da fast reingeschwungen. Ah, da oben ist das Tor, nice. Wir haben es geschafft. Ja, ich nehme hier noch die Braunpilze mit. Ähm, soll ich in den Sterben gehen? Ja. Tschüss. Alter, wir haben es doch fast... Absichtlich sterben zählt nicht. Wir müssen jetzt... Also, dann müssen wir einen neuen Run machen. Ja, du bist aber dann nicht mehr dabei. Das ist der nächste... Nächste Aktivistikschauber. Oh, Fittichabgas, wo bist du? Oh, lol. Ich habe mich zu phrasen. Bei uns. Wow, Alter. Da hat mich was getroffen. Ja, ich bin ausgewichen. Der war auf mich... Da war an mich gerichtet. So, wir kommen jetzt da hoch. Und hier haben wir... Wir haben irgendwo eine Treppe, glaube ich, gemacht. Ah, hier. Ah, stimmt. Wir haben uns hier runtergebaut. Ja. Ach, als wäre es vorgestern gewesen oder so. Richtig nice, ja. Ja, es war vorgestern. Ja, wir haben es geschafft. Sogar pünktlich zur Folge. Ey, ist die Folge, Sven, jetzt dürfen wir nicht mehr durch. Ach, komm. Ich war voll jetzt. Ich stelle mir vor der Gas, dass das Ding kommt. Diese Kündchen, du. Hier ist es Nacht. Oh. Na ja, ich stelle. So, ich komme gerade durch. Okay. Oh, so nice, Leute. So nice. So zu Hause. Ja, komm, lass mal schnell in die Base rein. Dann sagen wir mal, tschüss. Ich schlafe eben noch. Oder gehen wir higher, genau. Ich sehe nichts. Higher, higher. Ja, so ins Bett. Will hier rein. Sache kommt in die Media. Higher. Ruh, 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 Ruh. Ruh, 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 Ruh. Gut. Ging doch richtig flott vorbei, ne? Wir haben es nebenher aus der Hölle rausgenommen. Ja, also ich hätte fast nicht damit gerechnet. Ich auch nicht. Bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Morgen geht es weiter um 12 Uhr beim Dom auf dem Kanal. Und dann sehen wir was. Das bin ich. Ja, genau. Das bin ich. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.